Das Rätselgeschenk Könnt ihr euch noch erinnern, was im letzten Jahr unterm Weihnachtsbaum lag? Ein Buch vielleicht? Etwas zum Anziehen? Oder ein Möbelstück? Eventuell war es auch ein Gutschein. Von einem Gutschein hat man erst später was. Aber normalerweise weiß man zumindest, was man bekommen hat. Karten für ein Konzert oder ein Fußballspiel zum Beispiel. Wirklich gemein ist es aber, wenn man etwas bekommt und nicht die leiseste Ahnung hat, worum es sich dabei handelt. Der Heilige Abend war ein stressiger Tag. Das behauptete zumindest immer Marons Mutter. Maron war das unbegreiflich. Er fand Weihnachten unglaublich langweilig. Das lag daran, dass jedes Jahr exakt das Gleiche an Weihnachten passiert. Es fing damit an, dass seine Mutter mit ihrem Festtagsgrinsen morgens in sein Zimmer kam. Aufstehen, Maron! Heute ist ein besonderer Tag. Es ist Weihnachten! Schon zum Frühstück mussten sich alle schick anziehen. Es folgte das Teetrinken bei Oma, das gemeinsame Familienfoto vor dem Adventskranz mit vier brennenden Kerzen und die Kinderchristmette. Sogar das Krippenspiel war jedes Jahr genau gleich. Dies war auch der Grund, warum Maron da nicht mitmachen wollte. Zur Enttäuschung seiner Mama. Seinem Vater war das alles egal. Den sah er ja nur dreimal im Jahr. An Marons Geburtstag, am Geburtstag seiner Schwester Leni und eben leider auch an Weihnachten. Nach der Kirche gab es Abendessen. Um 18 Uhr. Pünktlich. Das Essen war die größte Abwechslung. Denn es gab nicht jedes Jahr das Gleiche. Im Anschluss las Papa die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Obwohl sie die ja schon in der Kirche gehört hatten. Und dann wurde gesungen. Jedes Jahr die gleichen drei Lieder. Ihr Kinnelein kommet, O du fröhliche und stille Nacht. Ja, und dann ging es an die Geschenke. Aber nachdem Maron sich eigentlich jedes Jahr etwas wünschte, wusste er normalerweise, was er bekommen würde. Da half auch das glitzernde Einwickelpapier mit Schleife nicht, um die Sache spannender zu machen. Aber in diesem Jahr würde das anders sein. Maron hatte das Christkind ausgetrickst. Und deshalb schlug ihm auch das Herz fast bis zum Hals, als der letzte Akkord von Stille Nacht ertönte. Wer möchte denn sein Geschenk zuerst auspacken? Fragte Marons Mutter. Maron hatte schon die ganze Zeit die Päckchen unter dem Weihnachtsbaum begutachtet. Das, was er sich gewünscht hatte, war definitiv nicht dabei. Konnte es ja auch nicht. Allerdings gab es nur drei Päckchen. Eines für Mama, eines für Papa und eines für Leni. Sollte er vielleicht gar nichts bekommen in diesem Jahr? Das hatte er davon. Ich, schrie Maron und sprang auf. Leni hatte allerdings auch die Hand gehoben. Deshalb sagte sein Vater, lassen wir den Damen den Vortritt. Und dann gab er Leni ihr Päckchen. Es war eine Puppe. Genau die, die Leni haben wollte. Wie langweilig. Was hast du dir denn dieses Jahr gewünscht, Maron? Fragte sein Vater. Maron überlegte eine Weile, ob er es sagen sollte. Schließlich ging das nur das Christkind und ihn etwas an. Aber dann wussten wenigstens alle, warum er dieses Jahr gar nichts bekam. Und bei diesem Gedanken fühlte sich Maron entsetzlich elend. Ich habe mir fünf große, schwarze Gewitterwolken in einem Paket gewünscht. Mit ganz vielen Blitzen drin. Und vollgesaugt mit Regen. Die ich dann freilassen kann, wenn ich will. Zum Beispiel, falls Tante Monika wieder eine ihrer dämlichen Gartenpartys macht. Bei Gewitter kann ihr Fester nicht stattfinden und ich muss nicht hingehen. Maron lächelte. Und für einen Moment hatte er vergessen, wie enttäuscht er war, dieses Weihnachten leer auszugehen. Glaubst du, dass das Christkind so etwas verschenken kann? Fragte seine Mutter. Maron antwortete nicht. Er wusste ja, dass das nicht ging. Es wäre ja ein extremes Chaos, wenn jeder das Wetter kontrollieren könnte. Aber das Christkind hätte sich auch selbst was für Maron einfallen lassen können. Ein Päckchen ist für dich dieses Jahr nicht angekommen. Aber ich glaube, ein Brief. Maron stürzte unter den Baum. Aber einen Brief konnte er nicht finden. Da lag nur eine Rolle vergilbtes Pergament. Darauf klebte ein runder Wachstropfen. Maron wurde sehr aufgeregt, als er erkannte, dass sein Name in das Wachssiegel eingeprägt war. Willst du es nicht endlich aufmachen? Wollte sein Vater wissen. Und auch Leni wurde ungeduldig. Schließlich gab es nach der Bescherung ja noch die Nachspeise, wie jedes Jahr. Maron hätte das Geschenk am liebsten in sein Zimmer mitgenommen, um es in Ruhe und ganz für sich lesen zu können. Aber er wusste, dass dann alle sauer wären. Also brach er vorsichtig das Siegel. Ganz langsam entrollte er das Papier und es war nichts darauf zu erkennen. Noch nicht einmal ein Tintenfleck. Sein Papa sah verwirrt zu Marons Mutter. Die zuckte nur mit den Schultern. Sehr schönes Papier, mummelte Maron. Danke. Als Maron an diesem Abend endlich alleine in seinem Zimmer saß, konnte er nicht schlafen. Den Schlafanzug hatte er brav angezogen und das Licht gelöscht. Jetzt saß er mit einer Taschenlampe in der Hand auf seinem Schreibtischstuhl und starrte das Pergament an, welches ausgerollt auf dem Tisch lag. Er drehte es hin und her und untersuchte die Ecken, ob vielleicht etwas zusammengeklebt war. Aber es gab nichts. Er lauschte noch einmal angestrengt in die Dunkelheit, um sicherzugehen, dass seine Mutter schon im Bett war. Dann schaltete er vorsichtig die Schreibtischlampe an und hielt das Papier davor. Aber leider half es auch nicht, das Blatt gegen das Licht zu halten. Doch dann erschien auf einmal in der rechten oberen Ecke ein brauner Strich. Ein geknickter Strich. Ein Blitz. Marons Hände begannen vor Aufregung zu schwitzen. Als er das Papier vorsichtig mit der Hand berührte, fühlte es sich richtig heiß an. Er musste das Papier warm machen. Und weil er keine Kerzen anzünden durfte, versuchte er es weiter mit der Glühbirne. Es dauerte unendlich lange. Aber Zentimeter für Zentimeter erschien eine Schrift. Mit zitternder Stimme las Maron den Text, der dort stand. Der wird nun große Macht übertragen. Bedenke, sie klug einzusetzen. Um das Wetter zu kontrollieren, sprich diesen Satz. Maron schnaufte tief durch. Den Satz konnte er kaum aussprechen. Und zum Glück fiel ihm ein, dass er das ja auch nicht tun durfte. Sonst würde er das Wetter ja gleich verändern. Und dann stand da noch. Aber bedenke, dass dies nur ein einziges Mal funktionieren wird. Und damit du noch mehr über das Wetter lernst, wird deine Familie mit dir in das Wettermuseum gehen. Deine Familie, wiederholte Maron. Das bedeutete, dass sein Papa auch mitkommen würde. Er grinste. Der Besuch im Wettermuseum war toll. Und längst vorbei, als sich Maron an einem wunderschönen heißen Sommertag in seinen Anzug presste. Mit zittrigen Händen holte er das Pergament aus seiner Schatztruhe. Und dann sprach er laut die Worte der Zauberformel aus, die dort standen. Kurz bevor sie ins Auto stiegen, klingelte das Telefon. Tante Monika. Bei ihr stürmte und gewitterte es bereits. Die Gartenparty konnte leider nicht stattfinden. Maron blickte zum Himmel und lächelte. Das Gewitter kam wenig später auch dorthin, wo Maron mit seiner Mutter und seiner Schwester wohnte. Aber es war schnell wieder vorbei. Dann kamen die Sonne und ein Regenbogen. Was haltet ihr davon, wenn wir an den See zum Schwimmen fahren? Papa kommt vielleicht auch vorbei. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk, das sich Maron vorstellen konnte. Das war das nurVoltrend. Professor Urban, ich bin then. Aus meiner Ansicht nach.